Hallo meine Lieben! Ja, das ist jetzt mein letztes Video für das Jahr 2016. Ich möchte ganz herzlich Dankeschön sagen für die Zeit, die ihr mit mir verbringt, die ihr meine Geschichten verfolgt und ja, ich möchte eine kleine Ankündigung machen im Jahr 2017 mit alles noch mehr sich dem Thema Baby und Schwangerschaft widmen. Es werden noch mehr detailliertere Fitnessvideos kommen und ich werde auch über mich persönlich berichten, über die Zeit in meinem Wochenbett und in der Zeit mit dem Baby direkt nach der Geburt, weil bei mir war das nämlich nicht so einfach, deswegen habe ich darüber irgendwie gar nicht so viel berichtet. Ihr habt meine Schwangerschaft komplett verfolgen können. Ich glaube ab der 25. Woche habe ich jede Woche etwas gepostet bis zur Geburt und dann gab es halt irgendwann mal meinen Geburtsbericht und ja, aber so richtig im Detail im Wochenbett habe ich euch darüber irgendwie nicht so viel erzählt, aber ja, ich denke mal jetzt ist es Zeit. Ich bin noch soweit und ich kann auch darüber erzählen. Ja, ich freue mich auf ein neues spannendes Jahr mit euch. Ich freue mich darüber, dass ihr mich weiter verfolgt und dabei seid bei all meinen Geschichten und dann kann ich nur sagen, wo immer ihr auch gerade seid, passt immer schön auf euch auf und dann sehen wir uns im nächsten Jahr ganz gesund, frisch und knackig wieder. Tschüss und bye bye und vielen Dank.